Immer wieder sonntags aus? Stefan Mross hat Angst um seinen Job. In dieser Saison von Immer wieder sonntags feiert Stefan Mross sein 20-jähriges Jubiläum als Moderator der ARD-Show. Trotz großer Beliebtheit bankt der Schlagerstar jedoch um seinen Job. Brust, viele werden sich sicherlich nicht mehr an die Zeiten erinnern, in denen Stefan Mross, 48, nicht als Moderator von Immer wieder sonntags vor der Kamera stand. Immerhin führt der Schlagersänger mittlerweile bereits seit fast 20 Jahren durch die beliebte ARD-Sendung. Doch während die Unterhaltungsshow für die meisten treuen Zuschauer im Sommer zum festen Sonntagsprogramm gehört, scheint der Moderator um seinen Job zu bangen. Und das bereits seit Jahren. Ab dem 16. Juni flimmert die neueste Ausgabe von Immer wieder sonntags über die Fernsehbildschirme. Die Nachricht, dass Stefan Mross auch in der Saison 2024 als Moderator zu sehen sein wird, sorgte für Freude bei Fans. Denn klar war das nicht immer, wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Hotel, stand die Zukunft des Schlagerstars als Moderator auf der Kippe. Doch wie der 48-Jährige nun in einem Interview verrät, hatte er bereits vor der Schlägerei in Leipzig Angst, um seinen Job. Stefan Mross bangt um seinen Job bei Immer wieder sonntags in ARD, und das seit vielen Jahren. Natürlich hofft man immer, dass es im kommenden Jahr weitergeht, so der Schlagersänger. Immer wieder sonntags, sei sein Baby, das mittlerweile erwachsen geworden sei. Doch Stefan Mross bleibt realistisch und sagt, allerdings muss man immer davon ausgehen, dass eine Sendung endet. Aus welchen Gründen auch immer. Auf ein Aus für seine Moderationstätigkeit bei der beliebten ARD-Unterhaltungsshow bereite er sich schon seit vielen Jahren vor. Sollte immer wieder sonntags wirklich enden, glaubt Stefan Mross jedoch, sich irgendwie damit abfinden zu können. Eben, weil er bereits seit Jahren scheinbar um diese Position bangt. Sobald eine Saison der Sendung endet, gibt die ARD meist bekannt, ob es im kommenden Jahr weitergeht. Eine längere Vorausschau gab es bisher nicht. Auch nicht für den Volksmusikstar. Ich habe keinen drei, vier oder fünf Jahresvertrags, enthüllte er im Interview. Stefan Mross will auf keinen Fall von ARD kurzfristig bei immer wieder sonntags abgesetzt werden. Doch sagt Stefan Mross auch, er wolle sich gar nicht auf ein Ende vorbereiten. Wenn er immer wieder sonntags noch zehn weitere Jahre für die ARD moderieren und zahlreiche Stars aus der Schlager- und Unterhaltungsbranche in Rust empfangen dürfte, wäre es schöner, so der Traunsteiner. Er wolle auf keinen Fall den Andi Borg, oder Max Schnauzer-Effekt, stellt Mross klar. Beide Moderatoren hatten für ihre Sendungen einst kurzfristige Absagen erhalten. Bei Andi Borg, 63, war das im Jahr 2015, als die ARD den Musikanten Stadel verjüngen wollte. Sollte das irgendwann auch auf immer wieder sonntags zu treffen, erhofft der Schlager-Star, die Verantwortlichen wüssten, dass man mit ihm sprechen könne. Allzu negativ ist Stefan Mross jedoch trotzdem nicht eingestellt. Momentan laufe alles super. Auch, was die Quoten betrifft, das ist wichtig. Wir hatten in der Vergangenheit bei den Sendungen in der Spitze bis zu zwei Millionen Zuschauer und im Schnitt seit 20 Jahren 16,5% Marktanteil, sagt der Sänger. 20 Jahre immer wieder sonntags mit Stefan Mross, ARD feiert Moderator mit tollen Gästen. Auf die vergangenen 20 Jahre vor der ARD-Kamera blickt Stefan Mross auch in der neuesten Ausgabe von Immer wieder sonntags zurück. Fans der Unterhaltungsshow können sich 2024 auf viele Rückblicke sowie auf 120 Künstler und Künstlerinnen in insgesamt 13 Sendungen freuen. Dass es nun 20 Jahre sind, kann Stefan Mross selbst nicht wirklich glauben, die Zeit bei IWs ist brutal schnell vergangenen. Als ich anfing, haben mir viele maximal vier oder fünf Jahre gegeben, so der 48-Jährige. In der ersten Folge von Immer wieder sonntags am 16. Juni erwartet Stefan Mross bereits hochkarätige Gäste wie Schlagersänger Nino de Angelo, 60, Sarah Zucker, 33, und Bergdoktor Liebling Ronja Feucher, 28. Verwendete Quellen, Superilu, 12. Juni 2024, der WDR.de, MDR.de.